so freunde herzlich willkommen zur zweiten folge von meine mutter spiel zum ersten mal so heute geht es weiter mit einem playstation 4 spiel ich selbst mich mal ganz kurz auf die andere seite so und zwar heute spielen wir es wurde sich gewünscht minecraft nein ich bin hier nicht ich bin fort nein ich bin glaube ich wir spielen den go simulator nein ich bin gar nicht sag erst mal hallo hallo geht es dir gut wir spielen heute in zeit nein ich bin gar nicht so welches was denkst du denn was wir spielen genau wir spielen in zeit also bitteschön das ist der nachfolger von limbo das hat sie schon mal gespielt sie hat doch letztens den live stream von mir geguckt und ich will sag mal kurz was ich hab dich aber alles vergessen was du gemacht hast ich denke die jetzt am auto stehen da sind sie da jetzt sehen sie nicht ja trau lauf 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 oh jetzt steht es doch nicht noch die dämp ops ist das immer irgendwo stolper stein ne oah jetzt haben sie mich erschroß wie brutal sind dann die Ah, ich wollte mal doch die Tierschnappe. Und wird der Tür dann weiterlaufen, oder was? Nee, irgendwie ist das hier versteckt, aber der andere ist ja auch in der Mitte. Hä? Ist das denn so nix? Nein! Mist! So, mach dir ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen! So, jetzt weitere! Wo ist denn so der nächste Abgrund? So! Nein, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht! Nein, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht! Herr Steckle! Jetzt kommen die Hunde! Hilfe, nein! Fressi, fressi! Die wirst doch verhungert sind die da! Ja, irgendwo war's! Hilfe, geh weg hier! Lass mich gehen! Das hast du alles bei mir gesehen! Ja! Wo willst du hin da? Ach so, ich muss auf den Schweinchen drauf, oder wie? Ja, okay! Und dann? Ja! 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 Wow, kaputt. Alles klar hat sich knüpfchen gebraucht. Oh, das ist ein kleines. Jetzt laufen Sie. Gut. Ich sitze ganz weg, wenn man da drunter oder kann ich da drunter sprechen. Meine Idee ist nett. Hallo, hallo. Und auf! Boah, wenn hat er noch Krieger hat. Das weiß ich von dir. Dennoch machst du es falsch. Ich weiß es jetzt schon. Ja, wenn ich vergessen habe, von der Hintern aufzuhören. Da war doch was. Oh Gott. Das ist die Nummer fünf, das dir so bäst ist. Hallo Kollegen, du hast einen Glück geschafft. Da geht's noch lauter. Tatsächlich ja. Bleib stehen. Oh Gott! Oh Gott! Lauf und zieh und direkt auf die Knappe! Ach, das hat auch noch! Oh Gott! Bleib still! Bleib still! Ups doch! Ach, das hat auch noch knapp ein kleines Getränk! Ach, das ist gut! 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 Gut! Das war's! Aha! Okay! Oh! 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 Bis zum nächsten Mal.